Guten Morgen! Heute möchte ich einmal den RMI Forsttechnik Rene Miller präsentieren. Dieser Forstgeschäft in Knittelfeld. Ich werde dir ein paar Produkte vorstellen. Keile, Forstspray, Hosen, Schnittschutzbekleidung und so weiter. Jetzt gehen wir her zu der Keile. Keile in drei verschiedenen Längen. Schlagfest RMI-Tech Forstkeile. Die Forst mag er ebenfalls von RMI-Tech. Die hat auch die eigenen in sechs, sieben verschiedenen Farben. Und was er noch hat, ist ein Longzeitspray. Die Farbqualität ist ein bisschen geringer, dass es so intensiv ist, aber er hält etwas länger. Longtermmarken für eine Longzeitauszeige und so weiter. Schnittschutzbekleidung. Schnittschutzbekleidung Kübler hat er. Schnittschutzklasse 1 und 2. Kübler. Mit allem Drum und Drone von Leiberlen, Jacken, Socken, Schuhe hat er eigentlich alles. Und was er noch hat, Pfanne, Schutzbekleidung hat er natürlich auch. Weiters hat er vom Passt in die Schlagschrauberkeile. Auch vertreibbar. Und was er noch hat. Habesterschwerter, Habesterkäten und Käten in jeder Art für alles. Er hat momentan sehr viel lagernd. Wenn Nachfrage ist, schaut auf der Internetseite im E-Tech René Miller rein. Er ist in Knittelfeld daheim. Ja, da sind wir alles gesagt. Was könnte ich noch dazu sagen? Er ist ein junger Unternehmer, seit fünf Jahren aktiv. Schaut mal rein. Er kennt sich ganz gut aus und er weiß, von was er redet. Danke.